Wie war denn das Derby, um mal endlich auf Fußball zu kommen? Also für den ganzen Hype, der vor diesem Spiel gemacht wurde, fand ich es also fußballerisch schwach. Also hat mir nicht gut gefallen, was da unten auf dem Platz gewesen wäre. Außerdem habe ich natürlich gedacht, dass wir gewinnen als Zahnhofer 96 und dass man wieder durch die Stadt gehen kann und hat einen Derbysieg. Ist alles nicht so, also ich bin auch schon enttäuscht.